Willkommen zurück zu Let's Play Splendercel Conviction Neben Mission Jäger Modus Und bevor wir jetzt weiter warten, muss ich mein Mikro mal wieder ein bisschen vorrücken Ansonsten bin ich zu leise und das wollen wir nicht So, wir starten mit der dritten Mission im Jäger Modus weiter Den Jastrap Komplex, welches ich richtig ausgesprochen habe Und wollen wir auch mal schauen, wie lange ich diesmal brauche Wobei ich sagen muss, diese Mission brauche ich ziemlich lange Obwohl es eigentlich nicht wirklich schwer ist, wenn man es so nimmt Aber ich spiele gerne hier in diesem Modus ein bisschen rum Und dass ich jetzt entdeckt werde, ist es mir auch vollkommen wumpe Da mich das ja nicht wirklich interessiert Da ich ja sowieso umherspiele mit denen Und wolltest du jetzt bitte endlich aufhören zu laden Das ist ja grauenvoll Na endlich Zuhör, dieser Bereich muss schnellstmöglich gesichert werden Sie dürfen ihre Gegner töten Allerdings nur, weil wir verhindern wollen, dass Verstärkung auf den Plan tritt Ja 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 Ich schätze mal nicht Ich glaube das ist das Ding hier, was ich gestern meinte Mist dieser Schwein Mist dieser Schwein Er ist tot Verdammt er ist tot Und du auch, komischerweise Ja Ja Hm Hm Haben wir vielleicht noch jemanden in der Nähe Hm Den Schell da oben runter zu holen wäre glaub ich nicht die beste Idee Boah, boah, boah. Verdammt. Oh Mann, scheiße. Scheiße, was zum... Hehe. Noch relativ easy. Okay, das ist... Bisschen Glück. Ich will hier hin. Ich will hier hin. Oh, scheiße! Wir müssen diesen Kerl finden! Schnell! Zeig mir was du... Schnell mal, zeig dich! Bleib in Deckung! Wir gehen da nicht rein! Wir gehen da nicht rein! Da werden wir unsere Nase nicht reinstecken! Hast du gehört? Sicher, dass du deine Nase nicht da reinstecken willst? Und? Würde ich mich bitte irgendwo hinlegen? Ja, da gehen wir nicht rein! Oh nein, da kriegt uns niemand rein! Wieso kommst du nicht einfach zu uns? Nö, das wär zu lahm. Für wie bescheuert hältst du uns? Wir gehen da nicht rein! Komm du doch einfach zu uns, Mann! Glaubst du, wir marschieren da einfach rein? Irrtum, Mann! Was sind denn Versuche, Arschloch? Aber das läuft nicht! Ne? Da gehen wir auf keinen Fall rein! Warum kommst du nicht zu uns? Mit dem Scheiß kriegst du mich nicht! Komm raus! Wir werden nicht so enden wie die anderen Jungs, Arschloch! Ihr seid, äh... Scheiße, wir gehen da nicht rein! Für wie bescheuert hältst du uns! Ziemlich bescheuert, wenn du mich fragst! Scheiße, Mann! Wir bleiben hier! Oh, scheiße! Bleib in Deckung! Wir gehen da nicht rein! Dann bleibst du eben draußen, ist mir doch auch egal! Scheiße! Da werden wir unsere Nase nicht reinstecken! Hast du gehört? Kommst du, ich fall darauf rein? Jetzt bin ich beleidigt! Wir sind nicht blöd, du Penner! Da gehen wir nicht rein! Nee! Scheiße, eigentlich! Oh nein! Da kriegt uns niemand rein! Wieso kommst du nicht einfach zu uns? Was?! Was?! Das... das muss von da drüben gekommen sein! Nimm das, du Weichein! Für wie bescheuert hältst du uns! Wir gehen da nicht rein! Komm du doch einfach zu uns, Mann! Glaubst du, wir marschieren da einfach rein? Glaubst du, wir marschieren da einfach rein? Hä? Wo steckt der Kerl? Er muss dir irgendwo suchen! Na komm, zeig mir, was du drauf hast! Da gehen wir auf keinen Fall rein! Warum kletter Versuch, du Arsch! Ich geh da nicht rein! Du Junge, das ist... Das ist zu einfach für mich! Sehe ich aus wie ein Idiot! Ich geh da auf keinen Fall rein! Ich enthalte mich meiner Stimme! Es ist, glaube ich, das Beste dafür! Nichts da, Arschloch! Ich geh da auf keinen Fall rein! Na, da komm ich nicht durch! Netter Versuch, du Arsch! Ich geh da nicht rein! Glaubst du, ich marschier da rein? Vergiss es! Sorry, Mann! Sorry, Mann! Es ist ja nichts Persönliches gegen dich, aber... Ich hab nun mal den Auftrag! Und den muss ich erfüllen! Hm. BOOM Wir sehen uns. das war sie sie naja das schlimmste ist ja was da die 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 Alter, wo ist das scheiß Radio? Alter, da geht mir ja sowas von auf den Kekis hier, ne? Da. Ah, schon zerbrechst du das Programm? Okay, die lasse ich da hinten mal außen vor jetzt, die stören ja weiter nicht. Aha, jetzt suchen sie mich schon. Hm, hm. Hm. Warum sagst du denn nichts? Ich werde dich finden, du Schwein. Hast du gehört? Hm, schöne Grüße von Uncle Sam. Ach doch, die Schnauze. Hm, hm. Hm. Nein, ich weiß auch, dass ich da bin. Hältst du das für witzig, Arschloch? Ich geb dir gleich was zu lachen. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm Du kommst jetzt besser raus, sonst wäre ich sauer! Ach, Junge, Junge, Junge. Da, dert hin. So. Komm, den letzten Schusswert braten wir auch noch. Gib auf! Ich weiß, dass du hier bist! Oh Mist! Oh, komm! Oh, komm! Hm. Raus mit dir! Ich weiß, dass du hier bist! Hm. Komm! Wenn du dich noch länger versteckst, werde ich richtig sauer! Munition-Technik. Ich weiß, dass du hier bist! Kannst genauso gut rauskommen! Oh mein Gott! Ich werde den Typen finden und üben! Nein, wirst du nicht! Ich weiß, dass du hier irgendwo bist! Cool bleiben! Gehe hier so! Ich werde dich... Mal drin. Mal drin. Das ist sowas... Worres! BST! W cent. Jetzt ist etwa mit der Kappallerie zu tun gekommen. Seien Sie vorsichtiger. Boah. Herr Sohn ist verschwunden. Benötige hier Verstärkung. Du dummes Pisser. Doch die Schnauze. Wegen dem Pisser hier bin ich entdeckt worden. Halt in die Augen. Weiß kann er noch nicht sein. Such weiter. Pisser! Ja, ja. War das schon alles Achtung? Beeindruckt mich nicht. Suchen Sie den Penner. Er muss in der Nähe. Bleib trotzdem, Jungs. Der Kerl wird langsam erfinderisch. Nein, liebe ich auch. Ja, ich weiß, dass das Verstecken ist, was für Feiglinge ist. Du bist in der Nähe. Ich kann dich flennen. Du bist in der Nähe. Ich kann dich flennen. Ich bin auf dem Weg. Das ist Scheisse, Mann! Komm raus und... Was für... Da! Er muss da drüben sein! Jetzt habe ich dich! Komm raus! Leck mich! Position halten! Nicht da reingehen! Ich habe den Fallschlag! Wolltest du mich damit beeindrucken? Bin auf dem Weg! Halt los! Wir werden nicht... Ich habe den Fallschlag angelegt! Okay, Spielsicht! Netter Versuch, du Arsch! Ich gehe da nicht rein! Ich glaube, es kommt von da! Wie glaubst du es? Netter Versuch, aber wir gehen da nicht rein! Sehe ich aus wie ein Idiot? Boom! Baby! Scheiße, wir gehen da nicht rein! Für wie bescheuert hältst du uns! Wenn du mich fragst, wird es ziemlich bescheuert, aber... Scheiße Mann, wir bleiben hier! Ich habe komisch zu! ... Gelächter! Viere im Betrag! Versteck dich für Mädchen! Ich weiß, dass du hier bist! Wenn du sie hier bist... ...könl auf den Kaffee... ...länger mit Kaffee! Vorsicht, vielleicht bleibt er sich an und dran Oh Scheiße Kontakt, erste Etage Hey, mir gefällt dir das Arschloch Vorstoß nicht, erledigen wir nicht Gegenseitig sicher, los, los, los Wie Hey, hey Wir sind noch nicht fertig, Arschloch Da bin ich doch Sorry, Mann, nicht dein Tag Sorry, Mann, nicht dein Tag, Junge Hä? Mir war grad so Ja, genau, das ist die Welt Von der ich gesprochen, äh, die Mission, von der ich gesprochen hatte Ungeheuer, den nicht Vor dem Coop-Modus Oh Mann, er muss irgendwo dort sein War Oh Mann, die sind da drüben Oha Das hätte auch böse sein können. Das hätte ziemlich böse sein können. So. Hmm. Dann. Steigen wir uns mal wieder vor. Irgendwo... Müssen ja welche sein hier. Und es sieht schon wieder so verdammt nach Regen aus draußen. Ja. Oh. Was? Das muss von da drüben gekommen sein. Du bist erledigt. Hast du gehört? Erledigt. Ich werde dich finden, du Schwein. Mach mal. Na, wo ist er? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na gut, dann bleibt noch wo ihr seid. Dann schleiche ich mich hier unten ein bisschen durch. Bleibt in Deckung, wir gehen an den... Hör der Scheiß! Willst du jetzt Spielchen spielen? Das ist nicht! Ich gebe dir gleich was zu lachen! Wir sind nicht blöd, du keinem nicht mindennst! Ichsele beziehen dich nicht nur du sein. Wir sind nicht blöd, du keinem nicht mehr. So, du bist da unverfahren! Ich glaube, du bist ein Kuss. Wir sind nicht blöd, du Penner, du Spinner! Wir müssen diesen Penner finden, schnell! Oh nein, da kriegt man niemand gleich. Wieso kommst du nicht einfach zu uns? Kontakt erst! Oh! Oh! Pisse! Licht aus, Asha! Alter, das ist sowas von knabbi manchmal, ne? Acht noch, ne, so wie ich das sehe, ich bin bei diesen Spielen mir sowas von konzentriert, ne, das glaubt ich gar nicht. Ja, ja, du mich auch. So. Hör auf dich zu verstecken, ich hab keine Zeit für sowas. Oh! Was sagst du jetzt, Arschloch? So ein Fassi! Ohohohoho! Werfe Granate! Über auf Arschloch, ich weiß, dass du hier irgendwo bist! Scheiße! Nee, da drüben! Hier müssen sie eigentlich quasi durchkommen. Werfe eine Granate! Ja, da drüben! Hm. Na, wo seid ihr denn? Er sagt mir nie... Einer noch! Aber wo ist der? Mann! Er soll doch bloß noch hochgehen, mehr soll der doch gar nicht! Wo bist du, Pisser? Wo bist du, Saftsack? Wo bist du, Saftsack? Ach, halt doch die Schnurz... Ja? Und wo bist du denn? Du glaubst doch nicht, dass du dich ewig von mir versteckst? Ich bin aber irgendwo in der Nähe. Verschreck dich, Colch! Wenn ich dich finde, bist du erledigt! Mann, hört auf zu falten da draußen! Ich hab' ein doofes Gefühl, wo er ist. Nee, das ist hier irgendwo. Hm. Bring dir es hinter uns! Ich finde dich ohnehin! Ja, sag mal. Wenn du der wenigstens sagen würdest, wo du bist, ne? Das ist nice gemacht! Komm raus! Ich bereite dir ein schnelles Ende! Wo ist der denn? Da ist der! Ich hab' keine Zeit für diesen Scheiß! Komm da! Du glaubst doch nicht, dass... Hm. Hier muss er irgendwo sein. Kannst dich nicht ewig verstecken, du feige Schwein! So! Du bist down! So! Bei dieser Mission Coop Modus war es ja so, dass das an diesen besonderen, ich sag' mal, Dingen hier, so eine Art Schloss war, was man decken musste. Dadurch war es ja gerade so schwierig da drin. Und der zweite Spree-Part war ja hier drin. Und das geht ja jetzt. Dass er nur der Jäger-Moos ist. So, dann werden wir einmal kurz aufladen. So. 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 Nur herkommen. Bam bam! So. Scheiße, das kann ich nicht. Ja. Jetzt muss ich mal gucken, ob hier einer ist. Ob ich mir die Schwierigkeiten bereiten könnte. Na ja, mehr oder weniger ist da einer. So, den neuen kriege ich. Ja, das ist richtig. Aber muss ich ein bisschen umlegen, den Tisch ist, oder nicht? Ach komm, die ist nicht runtergelaufen. Dann mach mal! Ich hab jetzt sowieso nicht mehr viel zu verlieren. Sag mal, hast du gerade einen von dir selber ausgenommen? Ach komm, das ist nicht runtergelaufen. Ich hab jetzt nicht mehr, ich hab jetzt nicht mehr, ich hab jetzt nicht mehr, ich hab jetzt Nein. Oh, Amarsch, hast du Zielgesichte, Mann? Wir haben Sichtkontakt zur Spielperson. Bereithalten. Wir werden hier auf ihn warten. Person gesichtet. Das gefällt mir nicht. Position halten. Kontakt. Komm her. Kannst du nicht bekämpfen? Kein Sichtkontakt. Tier gesichtet. Komm, jetzt gefälligst du. Tier gesichtet. Achtung, Kontakt. Position halten. Wir warten hier auf ihn. Mann, wenn ich jetzt da durchrenne, dann... Halt. Der Kerl soll zu uns kommen. Der Bereich ist nicht sicher. Wir warten hier. Person gesichtet. Halt. Wir warten hier auf ihn. Wir warten hier auf ihn. Auf. Der Tor hat sich versteckt. Position halten. Wiederholen. Ziel gesichtet. Ziel gesichtet. Ah. Mann. Mann. Tief ist auch nicht zu sehen. Bereich ist zu heiß. Stellung halten. Position halten. Bleibt Wasser. Wir warten hier bis sich der Gegner bleibt. Nein. Na gut, dann mach ich mich jetzt mal auf den Weg nach oben. Hier warten. Nach Gegner ausverhalten. Halt. Hier ist etwas nicht. Sie sind am Ende. In der Tat. In der Tat ist dies der Fall. In der Tat ist dies der Fall. Wir warten hier. Auf möglichen Feinkontakt vorbereiten. Dass ich die aber auch nicht kaputt kriege. Wir warten hier auf ihn. Zielbereich ist nicht sicher. Ja, schon klar. Bereit halten. Wir werden hier auf ihn warten. Hier ist nichts zu sehen. Hüiuii. Hier ist nichts zu sehen. Drs. Er ist noch in der Nähe. Sucht und findet ihn. Er ist noch in der Nähe. 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 Er hat mal schon ein schlechtes Gewissen. Gewissen. Er hat noch ein schlechtes Gewissen. Na, schön stehen wir jetzt. Hör auf rumzupacken. Hier macht jemand, oh Mist, vergiss es du Penner. So, Hör auf vier. Deck. Ja, sie können jetzt eigentlich bloß noch weiter oben sein, irgendwo. Von Gegnern keine Spur. Hier ist nichts, gehen wir. Ja, kein Kontakt, kein Kontakt, bla 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 bla. Hat sich anscheinend von selbst erledigt. Haltet trotzdem weiter die Augen offen. Gesichert. Hier ist nichts. So. Findest du das los? Ja. Scheiße. Geh. Ja. Ja. Genau. Ja. 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 das hier ist nichts halte menschen so kann ich jetzt weiter und ich will gar nicht wissen wie lange das jetzt hier schon dauert kommen wir wieder so ewig vorne gegner muss in der nähe sein lieber versteckt das tut mir leid aber das musste einfach sein ja bist du dir sicher ich an deiner stelle würde ja mal nachgucken gehen ja scheiße es gibt hier immer noch feindaktivitäten ach jungs ach jungs hm so also ich an deiner stelle würde das ja nicht warten das sieht nicht gut aus schnell umhalten meine Person kann der Gegner nicht sehen hmhm ja nein komm doch sag mal ja 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 Schau! So warm in. Kein Sichtkontakt, Kein Sichtkontakt! Und bam, bam, bam. So, jetzt können wir uns um euch kümmern. Righty? Righty. So. Wirklich keine mehr hier? Das kann ich jetzt nicht glauben. Das kann ich wirklich, dass ich glauben. Na? Achso, dann sind sie so. Achso! 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 Was ist das? Daher wo es doch drei sind. Naja, zu Not habe ich auch noch den Mobilen. Schöne Grüße von Uncle Sam, Arschloch. Schöne Grüße von Uncle Sam. Oh, das war schon. Ja, dann sind wir auch mit dieser Mission fähig. Verbleiben wir uns noch ganz in drei Stück. Ich habe auch wieder einen Run heute. Egal, das war diese Mission. Morgen werden wir die nächste starten. Eventuell nehme ich sie vielleicht heute sogar noch auf. Damit ich sie von morgen pünktlich habe. Ja, ich denke mal schon, dass ich sie... Oder auch vielleicht nicht mal sehen. Keine Ahnung. Wir starten jedenfalls morgen das Mosok-Gelände. Dennoch wünsche ich euch einen schönen Tag. Ich hoffe, dass ihr morgen auch wieder mit dabei seid. Hat mich gefreut, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Habt noch einen schönen Tag und haut rein. Ciao. Ciao.